Hallo zusammen. Hallo, ja, wir haben jetzt schon ein Drittel vom ganzen Flug. Jetzt sind wir im Flugzeug nach Melbourne und wir werden jetzt 13 oder 14? 13 Stunden. 13 Stunden in dem Flugzeug. Das ist riesig. Ist schon riesig, ja. Und ja, ja. Wir werden jetzt irgendwie arbeiten. Bis zum nächsten Mal.